Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man einen Gipskarton-Außenecke spachteln und somit auch einen Kantenschutz auf Re-Gips anbringen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Natürlich gibt es auch hier wieder die verschiedensten Lösungsmöglichkeiten und Hersteller, jedoch funktioniert das eigentlich bei allen Arten relativ ähnlich. Deswegen ich jetzt mal bei diesem Alux-Kantenschutz von Knauf zeige und ich werde das Ganze mit Knauf Uni-Flot verspachteln. Das gibt es übrigens auch noch imprägniert bzw. normal und es kommt einfach darauf an, was du zu Hause benötigst. Zuerst einmal sollten wir auf jeden Fall schauen, dass unsere Außenecke sauber ist. Bedeutet einfach nicht, dass irgendwelche Gipsrückstände hier überstehen oder auch irgendwelche Schrauben rausschauen. Dann sollten wir das Ganze natürlich abschleifen bzw. die Schrauben weiter reindrehen und danach können wir auch schon unseren Kantenschutz mal auf die richtige Länge zuschneiden. Meiner ist hier drin noch etwas verstärkt, weswegen ich das Ganze mit einer Blechschere hergeschnitten habe. Im nächsten Schritt habe ich mir meine Spachtelmasse schon mal angerührt, schaue darauf, dass sie einfach nicht zu flüssig ist. Hierfür habe ich übrigens auch schon ein extra Video auf meinem Kanal gemacht. Und dann geht es mal darum, dass wir überall an der Ecke solche kleinen Batzen machen, wo dann anschließend auch unser Kantenschutz natürlich hinkommt. Und dasselbe Spiel müssen wir natürlich bei uns an der anderen Ecke genauso machen. Und ich ziehe danach mit der Klettkelle meine Spachtelmasse schon mal mit ganz wenig Druck einfach ab. Wenn die Spachtelmasse also auf beiden Seiten gut verteilt ist, dann schaue ich mal, dass ich natürlich meinen Kantenschutz auch schon vorgeknickt habe und kann das Ganze einfach mal mit meinen Fingern jetzt schon ungefähr grob in die Ecke hineindrücken. Im nächsten Schritt setze ich die kurze Seite von meiner Klettkelle an und kann mit etwas Druck das Ganze auch schon nach unten hin abziehen und werde somit auch noch überschüssige Spachtelmasse hinter diesem Kantenschutz nämlich hervorbringen. Dadurch wird der Kantenschutz noch besser in die Spachtelmasse hineingedrückt und passt sich unserer Ecke nämlich auch nochmal etwas besser an. Wenn bei dir natürlich die Riegesplatten irgendwie schief sein sollten, dann könnten wir jetzt auch noch zum Beispiel eine Wasserwaage hier etwas anlegen und somit das Ganze natürlich noch etwas ausrichten. In meinem Fall sollte das Ganze aber auch schon passen. Im nächsten Schritt möchte ich noch etwas Spachtelmasse vor meinen Kantenschutz bekommen, deswegen wieder etwas Masse auf meine Klettkelle drauf geben. Und ich mache das immer recht gerne von der Ecke weg einfach mal Richtung Gipskartonplatten schon ordentlich abziehen. Auf der anderen Seite natürlich dasselbe Spiel. Und ich gehe danach gerne nochmal mit leichten Druck von meiner Ecke und immer stärker werdendem Druck zur Gipskartonplatte hin nach, denn dadurch habe ich einfach schon einen besseren Übergang zur Gipskartonplatte und nehme natürlich jetzt auch nochmal überschüssige Spachtelmasse gleich weg. Zum Schluss nochmal mit leichten Druck mit unserer Klettkelle über die ganze Fläche drüber gehen. Und der erste Spachteldurchgang bedeutet Q1 ist auch schon fertig. Es ist übrigens nicht schlimm, wenn hier die Ecke jetzt noch nicht perfekt ist, außer solche größeren Batzen, die würde ich auf jeden Fall mal noch vorsichtig entfernen, denn die benötigen wir hier nicht wirklich. Denn laut der Firma Knauf müssen wir den ersten Spachtelfolger jetzt für circa 60 Minuten mal etwas antrocknen lassen. Danach können wir gröbere Körner, die wohl jetzt im Weg sind, zum Beispiel mit einer einfachen Kelle hier leicht abstoßen. Und danach geht es so weiter, dass wir mal noch zum Beispiel mit Knauf Uniflot Finish das Ganze ein zweites Mal verspachteln. Hierfür würde ich dann auf jeden Fall die etwas breitere Seite von der Klettkelle verwenden, dass wir einfach noch einen breiteren Übergang hier hinbekommen. Und wenn das Ganze dann nämlich ein zweites Mal getrocknet ist, dann können wir bei mir hier vielleicht jetzt schon erkennen, dass die Ecke immer noch nicht perfekt ist. Aber danach geht es mit einem Handschleifer wirklich super, dass wir unsere Ecke einmal richtig schön hinbekommen. Somit haben wir unseren Gipskarton Außenecke auch schon richtig gespachtelt und können das Ganze natürlich auch noch beliebig weiterverarbeiten, wie zum Beispiel schleifen oder auf Q3 bzw. Q4 bringen. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens einen Kantenschutz, eine Klettkelle oder auch Uniflot imprägniert bzw. normal oder natürlich auch Uniflot Finish zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.